Am 23. März haben wir zu Gast in Stuttgart Fuensanta La Moneta, einer der berühmtesten Flamenco-Tänzrennen in der Musik- und Theater-Flamenco-Spanischen Szene. Von ihr hat einmal die berühmte Patricia Kopachinskaya, die Geigerin, gesagt, Fuensanta hätte eine Art animalische Kraft und gleichzeitig eine Art unglaubliche Zerbrechlichkeit. In der Tat, La Moneta hat eine perfekte rhythmische Technik und gleichzeitig eine tiefe Ausdruckskraft im Sinne der Flamenco-Tradition. Wir haben öfters zusammengearbeitet. Wir spielen im ersten Teil Bearbeitungen von mir aus den Sonaten von Domenico Scarlatti, der italienische Komponist, der lange Zeit in Spanien gelebt hatte, der um 1740 eine Andalusierin aus Cadiz geheiratet hat. Und obwohl er nie ein Folchlorist war, er war sehr stark geprägt von der Flamenco-Musik in seiner Zeit. Also wir können aus der kontrastreichen Musik der Scarlatti-Sonaten die modal-andalusische und funktional-italienische Harmonik und Melodik wechselte und die seine Musik sehr eigenartig macht. In der Interludien tanzt La Moneta rhythmische Strukturen, die verbunden sind mit der rhythmischen Idee von Domenico Scarlatti. Im zweiten Teil mit dem berühmten Benjamin Schmidt-Geige spielen wir die europäische, deutsche Erstaufführung meines neuen Stückes Red Inner Light Sculpture, Stück, das wir, darf ich sagen, mit Riesenerfolg in St. Paul in der USA uraufgeführt haben. Ich freue mich auf Ihren Besuch und ich bin sicher, dass Sie am 23. März ein ganz besonderes Konzert erleben werden. Vielen Dank.